willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsen und ihr habt ja schon im bild gesehen und auch im titel champ 1 platz 1 die spätzes haben das geschafft war ich ja nicht mit dabei aber ich hätte den letzten ck noch mitnehmen können aber das ärgert mich so im live stream von sonntagabend aber dann wäre auch ein bisschen lange gegangen denn die haben noch bis weit glaube ich nach mitternacht ihre spiele gehabt und wenn wir jetzt hier reingehen auf die gekreuzten schwerter wir starten mal abends erst den klankrieg dann seht er dass wir sind wir waren ja vorher schon champ 1 und sind jetzt auch noch man bleibt dann ja in champ 1 aber wir gucken mal in die gruppe rein erster hier mit 298 stern das ist jetzt noch nichts für katowice also nach polen geht es glaube ich mit 298 stern noch nicht da muss man weit über 300 glaube ich holen ich habe mal jetzt im vormonat noch mal geschaut da war es glaube ich 345 oben und mit unter 300 stern da bist du relativ weit davon entfernt aber ich finde das ist schon richtig richtig klasse hier die steigerung auch die man gesehen hat von rathaus 13 jetzt als das ganze anfing und die liga ging los und beziehungsweise damals war es ja so dass noch zum zu den letzten ligatagen rathaus 13 auskamen und zur steigerung jetzt also das ist schon ein richtig heftiger schritt und gestern abend war es noch mal ultra ultra spannend hier in der gruppe hier denn ja mit trotzdem zwei verlorenen doch noch erster geworden das heißt also auch die anderen haben hier noch federn gelassen beziehungsweise teilweise auch nicht angegriffen denn ich habe jetzt heute morgen so ein bisschen die gespräche hier gehört die crazy turtles sie haben es kaum noch gerade so gepackt noch gerade so gepackt und das lag scheinbar daran dass wrt ein angriff nicht gemacht hat und denn ich glaube die hätten noch einen angriff gehabt und hätten das ganze ruder noch mal umreißen können aber am ergebnis auch für wrt hätte sich da jetzt nichts geändert beziehungsweise die turtles werden werden dann glaube ich ja ich weiß nicht vielleicht mit dass man gerade gucken 270 268 aber das ist ganz auch das absteigen hier ist ganz ganz eng und allerdings in der letzten runde hier haben die schätze noch mal so was von zugeschlagen innerhalb von ich weiß gar nicht minuten hier fielen hier die drei sterne das war der hammer das war wirklich der hammer und mit pfiff und kam mir glaube ich hatte mal hier 22 gäste bei vom clan ist es die selbe wo ja die gml mit gespielt wurde und also richtig krasses ding hier ich gehe mal rein denn noch sind die kämpfe da irgendein update wird ja kommen dann sind die nicht mehr da beziehungsweise spätestens morgen die heute abend wenn wir den nächsten klankrieg hier starten ist auch die liga hier geschichte ich denke mal ja die liga ist erstmal hier ist erst mal um sie läuft aber noch einen tag denn das ganze geht ja dann immer ein bisschen länger bis dann auch die ergebnisse da sind wer denn dann in der welt platz eins geworden ist platz 1234 und so weiter und da sieht man dann erst ein bisschen später aber hat er gut gemacht hier mit dem blim schon mal das rathaus erwischt und hier geht es mit vieles ist hier mit hybride technik durch gemacht worden dass das was ich diese woche in jedem fall mal so ein bisschen üben werde denn ich glaube mit der taktik kommst du im moment am weitesten aber das kann auch eine taktik sein klar für zwei sterne wenn hocks und die meiner nicht ordentlich durchkommen aber ihr seht an wie viel fronten hier gekämpft wird und gefangelt wird das ist schon wirklich wirklich krass aber lassen wir mal weiter schauen jetzt fängt der wort der adler schon ich sage mal der wort fängt an zu ballern der adler fängt an zu ballern weil wahrscheinlich ja beides raus kam und jetzt geht es hier mit geballter kraft in die base hinein ziemlich frühe worden zündung das hält natürlich die truppen gerade zu anfang wo er richtig feuer kommt vor allem noch vom adler noch erst mal am leben ein paar sekunden und das hilft dann ungemein wenn der früh gezündet wird hog rider und die meiner sind hier zusammen im wutzauber wutzauber und hocks ist nicht immer dass das ist das dolle ich sage immer dann sind die schneller im tod aber hier hat das funktioniert in kombination mit dem heilzauber und der felsenwerfer der für die fels der felsenwerfer der schleuder also der scattershot so will ich mal benennen ich kann mich an den deutschen begriff einfach nicht gewöhnen geht ihr jetzt auch dauernd der zweite und der inferno wird jetzt sicherlich von der royal championnatin gemacht das schafft sie nicht ganz okay aber der worten hilft der worten hilft damit ist auch der inferno hier unten geschichte gewesen die queen außen wunderbar kann jetzt noch die letzten gebäude machen hier unten sind auch ein paar meiner also schönes ding hier und alles so in den letzten minuten da war schon der hammer hier hier ging es wirklich schlag auf schlag ich war so ich war sogar noch eine minute zu spät oder so habe dann ins ergebnis geguckt und habe gedacht na super toto da bist du da kommst ja zum richtigen zeitpunkt alles ist vorbei aber naja ich kann es euch ja noch im nachgang so ein bisschen zeigen und freude ist natürlich groß auch bei spätze zwei sind wir aufgestiegen in meister 3 glaube ich also auch dort ein kleiner erfolg aber ich bin ja auch aufgestiegen gehen wir gleich mal rein ich wollte hier noch ein noch einen festhalten aus den events die war events und zwar ist das einer dem was schon länger nicht gesehen haben im frank hier den alex haben schon länger nicht gesehen und aber ist immer noch dabei mit meiner ok 7 loons dabei und hybrid will ich das jetzt nicht nennen aber die die loons sollen sicherlich genau ich muss gerade sagen da will er sich glaube ich eine ganze ecke rausnehmen hier mit einem inferno und mit der gegnerischen queen hier das macht auch die oder der der inhalt des zeppelins hier die erschaffen die die queen nicht ganz nicht ganz geschafft aber fast weg hier die queen und aber schon mal inferno ausgenommen und ein paar defensive gebäude gegnerische bzw seine queen kommt ihr jetzt und hatte jetzt wenig beschuss ich habe ja gestern auch schon im live stream haben wir es öfter gesehen die queen wenn die klaren buch rauskommt mit drei eis golems die tut nicht weh hier schießt jetzt nur noch einen bogenschützenturm zusätzlich drauf aber sie hält unheimlich aus ist also ein zeitproblem was du da dann bekommst wenn die queen so lange dort steht ein eis golem nach dem nächsten macht der friert sie kurz ein und dann geht das spielchen weiter also das dauert immer das kostet halt unheimlich viel zeit ob die clan buch dann so super effektiv ist weiß ich nicht wenn man es den zeitlich ja doch noch irgendwo hinbekommt aber die queen geht hier richtig schön richtung richtung rathaus durch und packt die das packt die das dort die ist aber immer noch zündbar okay da hat er immer noch option b aber jetzt wird es auch echt viel was da auf die auf die queen schießt und guckt euch das die war wirklich letzte rille aber ich weiß nicht ob es die self zündung war oder ob sie gezündet wurde aber ich glaube sie wurde gezündet denn mit so viel beschuss hilft dann die self zündung auch nicht mehr da ist sie denn auch fast instant tot und jetzt geht es hier unten von sechs uhr an nah nicht ganz sechs uhr so fünf uhr mit den meinern hier durch rathaus ist ja schon weg jetzt muss der adler nur relativ zügig fallen das nicht weiter der beschuss vom adler kommt das gelingt auch hier und die ich will mal nicht vom neuen helden sprechen ich glaube sie hat schon die daseinsberechtigung jetzt hier drin die royale der royal champion und aber schön gemacht hier und auch auch da die zündung sehr sehr spät jetzt wird hier zwar in vielen fronten noch gekämpft die meine haben sich jetzt so ein bisschen geteilt ist aber nicht so schlimm da kommst du halt nicht in so ein zeitproblem als wenn die zusammen hocken denn außen sind ja jetzt wirklich nur noch ein paar defensive gebäude und oben sind es nur noch tote gebäude die die machen müssen also völlig d'accord hier und alle helden bis 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 auf den king der king hat glaube ich durchgetankt sind hier glaube ich komplett durchgekommen und das natürlich echt stark schöner angriff hier vom frankie und also noch mal glückwunsch an die so sind hier die jetzt in shamp 1 geblieben sind und die auf platz eins geschoben wurden und ihr aber dort wo ich gespielt habe ich spiele ja mal in einen anderen clan gc warriors gehen wir auch kurz mal rein und gucken da was das ende der liga noch mit sich gebracht hat und dazu musste ich einmal auf ein anderes dorf springen hier auf dem frei der hat hier so ein paar umsonst marken gemacht also auch hier habe ich wieder so ein paar marken gemacht 511 habe ich jetzt schon gesammelt denn ich habe nicht an der liga teilgenommen hier mit dem account hier aber ich war hier in dem clan gc warriors drin und mittlerweile auch deutsch gefleckt hier waren ja oder hier sind ja noch so ein paar sms leute drin sind noch ein paar darin ich weiß es gar nicht ob alle ja doch sind sind schon so ziemlich alle raus hier hier das ist ja ein event clan also hier braucht ihr euch nicht bewerben hier ist über einen monat bis zur liga halt niemand drin aber bis zur liga waren hier noch leute drin und wir sind wieder aufgestiegen nach champion 2 ich habe folgende belohnung erhalten 85 habe ich dafür gekriegt dass ich nicht teilgenommen habe das ist auch das ist auch nett fürs nichts tun oder naja ein bisschen gespendet habe ich hier aber mehr auch nicht aber wir haben hier einen durchmarsch gemacht das heißt also wir sind absolut durch unsere gruppe durch ihr seht das 299 sterne haben wir hier erreicht und haben tz av 8 und auch ak sakli heißt das da glaube ich da oben noch hinter uns gelassen die haben halt nicht nur federn bei uns gelassen sondern auch bei anderen clans und so konnten wir hier recht dominant schon in unseren letzten ck gehen den hätten wir sogar verlieren können haben wir auch erst gedacht dass wir das machen aber nein wir haben noch 32 30 hier gewonnen auch gegen den der die ganze zeit uns ganz hart im nacken war bzw zu anfang kurz geführt habe aber ich glaube ab den ersten oder zweiten oder ab dem zweiten dritten spieltag haben die führung hier nicht mehr großartig abgegeben und auch hier schöne schöne drei hingelegt schöne zweier mit vielen prozenten also schöne zweier gibt es auch ja mit richtig vielen prozenten denn oftmals das wisst ihr selber in der liga entscheidet dort oder entscheiden dort die prozente am ende wenn es dann ein unentschieden ist und gerade wenn es so clans sind die wirklich voll auf zwei sterne ausgelegt sind da hast du dann am ende halt 30 stück da hat dann jeder 30 und da kommt es halt noch auf die prozente an wir haben wir jetzt auch im letzten klaren krieg nicht die übermacht der drei der drei sterne angriffe gerissen aber das macht auch nichts einer reicht ja vollkommen und wir haben allerdings auch ich glaube im letzten klaren krieg ich meine wir haben in der gesamten liga nur zweimal ein stern gemacht also auch das ist eine ultra starke steigerung hier dass wirklich alle so hoch konzentriert waren dass sie sich zumindest auf den ja wie nennt es wie heißt es immer safe 2 51,4 prozent safe 2 das auf jeden fall safe safe 2 irgendwo gemacht haben wenn es dann drauf ankam ihr habt zwar in der woche in der letzten woche schon gesehen auch ich bin mit einem drei sterne hier mal beteiligt das ist für mich ist das eine super leistung und aber hier war es mal wieder eine eine so eine schöne auch wirklich tolle liga woche mit mit den jungs hier und das hat wieder richtig gut funktioniert hat gut harmoniert und ich glaube das gehört dann auch dazu dass du dann am ende hier erfolgreich bist und nicht irgendwo dauer schlägt sich meine auch wenn wir hier für uns war ja der aufstieg gar nicht mal so wichtig für uns war liga halten viel viel wichtiger also champion 3 hätte vollkommen gereicht jetzt sind wir erst mal wieder in champion 2 dabei mal gucken eine liga nein wir wollen vielleicht auch mal champ 2 halten vielleicht tauschen wir mal ein bisschen durch wir sind ja jetzt doch ganz schön viele rathaus 13 auch die ersten sind max und warten schon aus nächster update und auch im meindorf geht es halt immer immer so ein bisschen stetig voran leise aber still komme auch ich irgendwo so ein bisschen in den end content oder beziehungsweise ins in die endbauten hier rein klar ein paar mauern müssen wir noch machen hier haben wir mal richtig die scheibe gesehen vom royal champion dass sie mal ein bisschen weiter fliegt das ist auch sehr selten aber schon starker hog rider angriff hier vom zackl waren zackl waren und ich wir haben aber noch was im sack denn es war am ende vor allen dingen war es noch mal ultra ultra spannend wir haben nämlich gedacht es greift doch einer von uns nicht an denn bis kurz vor ende gab es noch jemand da haben wir gedacht es war ja dann es war ja dann der sturm und der louis glaube ich war im einsatz es hieß der louis ist schon im einsatz und ihr seht noch vier minuten hat er doch noch irgendwo her angegriffen ich konnte es gar nicht glauben ich war wie von den socken hier abgedacht das gibt es ja gar nicht und dann haut der louis hier als allerletzten ck in dieser liga hier auch noch ein drei sterne raus und das vermutlich unter ganz ganz widrigen umständen keine ahnung ich meine letztendlich hat hat man natürlich wissen können dass gerade wenn ich irgendwo bei der feuerwehr bin oder bei der polizei oder sonst wo in irgendeiner einrichtung die natürlich so ich nenne es mal so im katastrophenfall irgendwo hilft das muss man halt dann das spiel spiel sein lassen so will ich mal sagen ich habe erst ein bisschen doof gewettert und habe gesagt naja dann greift man halt ein bisschen eher an als vorher wenn man weiß man schon dass wenn sabine kommt dass das ist ein bisschen was zu tun gibt aber irgendwann habe ich dann gesagt leute ist ein spiel da verlieren wir den letzten halt wir hätten den letzten klangkrieg auch ruhig verlieren können und werden immer noch glaube ich mit zwölf oder 13 sternen vor dem zweiten dann gewesen der hätte dann ja wahrscheinlich zehn sterne noch mal drauf bekommen denn wir haben ja dass der feiti war ja gegen den zweiten tz av und das wäre dann halt so gewesen das hätte jetzt im ergebnis wir werden eher aufgestiegen also mit wie viel medaillen dann ist wäre dann auch egal gewesen aber hier hat der louis noch mal noch mal so richtig reingehauen und richtig krass also ich war dann zu dem zeitpunkt im anderen clan und hab dort ane ich habe ja das ich habe das gml finale semifinale gezeigt zwischen void und der crew und war auch super super spannend und bin dann ja später erst wieder hier reingekommen also später im stream und habe dann gesehen man wie hat er doch noch angegriffen ja dann ist man auch so ein bisschen erleichtert hat dann auch noch mal den allerletzten klang krieg hier mit über 30 sterne dann noch mal gewonnen und so haben wir glaube ich jetzt alle oder alle sieben tage immer mit weit ich will nicht sagen weit über 30 aber immer mit einer drei am anfang abgeschlossen also nicht nur 30 sondern immer ein wenig mehr durch drei sterne angriffe und das natürlich sehr stabil hier sieben mal in dieser woche gewonnen es gab auch fett bonus danke auch noch mal an die an die clan führung hier die auch mir den bonus gewöhnt hat obwohl wir es eigentlich anders abgesprochen hatten denn es haben wir glaube ich nicht alle obwohl doch es haben alle glaube ich ihre sterne gemacht weiß ich nicht genau aber je nachdem bin ich natürlich froh dass ich auch einmal jetzt den bonus bekommen habe der bringt mich auch extremst weiter muss ich sagen und den will ich natürlich auch aufbrauchen die medaillen hier die die nächste liga kommt ja bestimmt und bis dahin denke ich mal werde ich auch von den helden her war so ziemlich max sein weiß ich noch nicht genau wie ich wie ich das mache ich möchte eigentlich jetzt die klaren kriege nicht pausieren sondern ich würde ganz gerne weiterspielen um so ein bisschen am ball zu bleiben ja aber hat das schön gemacht der louis und so sind wir haben wir in echten durchmarsch gemacht in der ganzen woche also von champ 3 auf 2 einmal komplett hier unten die grünen haken glückwunsch auch hier noch mal an die gsi warrior beziehungsweise ja so an die spätze leute ich werde jetzt hier erst mal ein bisschen aufräumen beim frei und werde auch den so ein bisschen bespielen ihr seht fünf von fünf bauarbeiter alles ziemlich voll hier und da muss ich mit dem auch noch mal so ein bisschen was machen auch hier ein bisschen level ich hoffe die folge hat euch gefallen ich wünsche euch einen schönen wochenstart und bis dahin euer toto bis dahin euer toto